Im Juni 2015 hat uns Tom Schilling besucht. Nicht einfach so, sondern als Zwischenstopp auf seiner 1600 Kilometer langen Fahrradtour längs durch Deutschland, von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen. Gestartet war er am 15. Juni. Am 30. Juni hat er dann nach 1360 Kilometern einen Zwischenstopp in unserem Seminarzentrum in Winsbach eingelegt. Guten Tag, mein Name ist Matthias Schwimm und ich bin Selbstbewusstseins-Trainer. Im Laufe der Jahre sind mir in meinen Trainings und Coachings viele Menschen mit spannenden Lebensläufen begegnet, unter anderem Tom Schilling. Auf den Bildern siehst du sein einzigartiges, selbstgebautes Bike. Man beachtet den Hightech-Lenker aus Holz mit den unsichtbaren Bremshebeln, die tatsächlich vorhandene Zweigang-Nabenschaltung und als ganz besonderes Highlight den feuersicheren Sattel aus knallhartem Metall, der sicher noch viele Touren rund um die Welt überstehen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, super, dass du da bist, Tom. Hallo Matthias, das freut mich auch, dass ich hier bin. Es hat lange genug gedauert, aber nun habe ich es geschafft. Der Tagestur 100 Kilometer reicht. Hammer. Also irgendwie siehst du auch ein bisschen geschafft aus. Das sind jetzt 1300 Kilometer oder wie viel? Wir sind 360 Kilometer bis hierher. Der Hammer. Ja, manche Wege zu uns sind weit, andere sind näher. Der Zug hätte auch lange gedauert, deswegen habe ich das Fahrrad genommen. Okay. Ja, du siehst, wir sind hier auf dem Land. Direkt ein Traktor, der vorbeikam. Im Regelfall ist es hier recht ruhig. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Und wir werden ja das ein oder andere Video machen und dann auf YouTube hochstellen, sodass jeder einfach sehen und miterleben kann, sozusagen, was du schon alles erlebt hast. Sehr gerne. Ich teile alles, was ich hier erlebt habe, sehr gerne. Okay, ja, dann komm erst mal rein. Auf Facebook berichtet Tom von seinen weiteren Etappen und Erlebnissen. Die Links findest du unten in der Kommentarbox auf der YouTube-Seite. Ja, schön, dass du da warst, Tom. Ich fand es super spannend, die Gespräche mit dir. Wobei, wir sehen uns ja gleich nochmal. Du radelst weiter. Ich fahre mit dem Auto dir ein Stück nach, weil ich dir noch einen wunderbaren Ort hier ganz in der Nähe zeigen möchte. Wie viele Kilometer hast du jetzt noch vor dir? Circa 400, wenn es hochkommt. Je nachdem, wie ich mich verwahre. Okay, die radelt man ja fast auf einer Arschbacke ab, zumindest du. Wenn man den Rest anguckt, was bisher gelaufen ist, dann ist das ja ein Katzensprung. Ja, also ich wünsche dir weiterhin, wie sagt man, Bike Heil oder so ähnlich, Rahmen und Kettenbruch. Und dass alles dir gut gelingt weiterhin. Mach's gut, Tom. Ich sage danke, Matthias. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ciao, gute Fahrt. Danke. Da radelt er hin, der Tom. Jetzt siehst du noch einen besonders schönen Streckenabschnitt von Winsbach zur 20 Kilometer entfernten Freizeitanlage Ornbau im Ortsteil Gern. Mit etwas Glück kann man an der Flussinsel abends sogar Biber sehen. Ja, 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 ja. Na ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020